So liebe Leute, ich wollte euch mal ganz kurz informieren und ein paar Rückmeldungen oder eure persönlichen Fragen oder sowas mit einholen und zwar geht es um das neue Buch, was ich gerade schreibe und zwar dieses ketogene Buch, was ich auch schon mal angekündigt habe, obwohl das hier jetzt erstmal ein Vorgänger ist. Das komplette ketogene Buch, was ich schreibe, das soll wirklich ein, ja, soll schon ein Meisterwerk werden. Nein, das wird auf jeden Fall einige hundert Seiten haben, auch mit sehr vielen Studien und solche Sachen, aber da mich jetzt sehr viele Leute natürlich immer fragen, wie kann ich was so in der Ketose machen und wie komme ich rein und solche Sachen, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt ein Buch, ein relativ kurzes Buch, was vielleicht gerade mal so zwischen 50 und 100 Seiten hat, wobei kurz ist immer relativ. Was ein Quick Guide ist, quasi um in die Ketose zu kommen und was dabei zu beachten ist. Das Ganze ist quasi so eine kleine Anleitung mit so ein bisschen Hintergrundwissen dabei und auch Ernährungsplänen, die hinten dabei sind, was euch dann eben viele Fragen beantworten soll, was euch einen roten Faden quasi an die Hand geben soll, um das Ganze eben durchzuführen. Hier geht es wirklich nur darum, in die Ketose zu kommen, hier geht es nicht darum, um spezielle Ziele zu erreichen, um jetzt sportlich leistungsfähiger zu sein, um jetzt abzunehmen, eine Diät zu machen oder sonst etwas, sondern hier geht es wirklich nur um diesen Punkt, wie komme ich am besten in die Ketose und was muss ich dabei beachten oder welche Probleme können auftreten und solche Sachen. Und deshalb auch eure Fragen noch dazu, was ihr so generell vielleicht für Fragen habt zur Ketogenernährung, zur Ketose, was euch vielleicht auch fehlen würde in so einem Buch. Und ich würde natürlich unter all euren Fragen, würde ich dann auch ein paar Leute auslosen, die das Buch dann natürlich gerne von mir auch zugeschickt bekommen. Ich bin aber überlegen, ob ich das Ganze dann auch als PDF oder vielleicht als Hörbuch mache. Könnt ihr natürlich auch gerne mal reinschreiben, ob ihr auch so ein Hörbuch quasi nehmen würdet oder das Ganze lieber als PDF oder als gedrucktes Buch lesen würdet, wie ihr das Ganze seht. Und es wird auch einige Sachen zum Download mit dabei geben und es gibt dann eine spezielle Seite. Aber gehen wir mal so durch. Am Anfang geht es natürlich erstmal so ein bisschen darum, warum ich das Buch geschrieben habe und solche Sachen. Dann Hintergründe zur Ketogenernährung, woher das Ganze kommt, wie das Ganze überhaupt definiert wird. Weil Ketose ist ja nicht gleich ketogen angepasst oder ketogene Ernährung. Ich kann auch am Tag einen halben Liter MCT-Öl trinken, habe dann hohe Ketonwerte, aber bin eben, bin in Ketose quasi, aber bin nicht ketogen quasi, also nicht ketogen adaptiert. Dann Ketonwerte messen, auch ein häufig gefragtes Thema natürlich. Die physiologischen Vorgänge, was im Körper überhaupt passiert, das halte ich aber relativ kurz, weil ich arbeite da jetzt auch nicht mit vielen Studien und solchen Sachen. Und dann natürlich gesundheitliche Aspekte, die ganzen Mythen, gesättigte Fette, Cholesterin, Gehirnbrauch, Glucose, solche Sachen, auch mal so Umwelterspekte zu dem Thema, Schilddrüsenprobleme, Nierenprobleme, solche Sachen, die dann eben auftreten oder Fragen, die häufig kamen, sportliche Sachen, Darmbakterien, Verdauungsprobleme, Osteoporose und solche Sachen, alles. Dann auch die Vorteile, wann man das zum Beispiel einsetzen kann, die ketogene Ernährung, Wann das vielleicht nicht so gut ist oder wann zu Problemen kommen kann, was man dann machen kann, solche Sachen. Dann gibt es eine richtige Checkliste, die man sich auch ausdrucken kann, was man beachten sollte. Die werde ich aber auch nochmal ein bisschen genauer durchgehen. Dann gibt es eben den konkreten Guide quasi, was ich machen soll. Das Ganze fängt dann in der Vorbereitungsphase an, wie kann ich mich schon eine Woche vorher vielleicht darauf vorbereiten, dass ich die Schränke leer esse und solche Sachen, was ich einkaufe. Den richtigen Zeitpunkt wählen, dann eben Vorbereitungen im Haushalt, was man vielleicht da haben sollte oder was man wegmachen sollte und alles Mögliche. Dann Tag 1, wie das Ganze dann anfängt, was ich machen kann, was ich essen kann, wie ich das planen sollte, wann ich das vielleicht planen sollte und solche Sachen beim richtigen Zeitpunkt. Dann Tag 2 bis 3, welche Probleme können dann auftreten, dass ich eben Kopfschmerzen bekomme, vielleicht auch Übelkeit oder solche Sachen und was man dagegen machen kann. Dann, was passiert dann eben die Tage danach, die Monate danach, wie lange sollte ich das machen und solche Sachen. Dann habe ich auch noch so ein persönliches, intensives Tagebuch mit dabei, wo ich mal wirklich eine Woche ganz detailliert aufgeschrieben habe, wie es mir dabei ergangen ist, damit ihr da auch mal direkt ein Beispiel hat, was ihr bei bestimmten Problemen vielleicht tun könnt. Das ist erstmal jetzt die erste Version quasi hier, die ich gerade jetzt noch überarbeite. Also es sind 53 Seiten, aber wenn man sich das Ganze eben anguckt, sind das wirklich alles Seiten hier, die vollgeschrieben sind. Also das sind nicht irgendwie Seiten, wo dann mal nichts draufsteht und wo das nur ein Bild ist oder so und ganz am Ende gibt es dann auch noch hier richtige, genaue, detaillierte Anleitungen Tag für Tag, was man essen sollte. Es wird es für verschiedene Kalorien quasi geben, für 1500 Kalorien, für 2000 Kalorien, für eine vegetarische Variante mache ich noch rein. Vegan werde ich nicht machen, weil das für viele wahrscheinlich zu schwierig sein würde. Da muss man schon ein bisschen mehr auch Nahrungsergänzungsmittel und sowas zurückgreifen. Das möchte ich aber nicht in dem Buch machen. Das ist dann eine persönliche Sache. Ja, wenn euch noch irgendetwas einfällt, so an Fragen oder so vielleicht, dann könnt ihr die natürlich gerne stellen. Ich bin auch am überlegen, wie ich das Ganze eben dann auch optisch aufwerte quasi. Ich habe mir sehr viele Ernährungsratgeber und Bücher auch mal angesehen. Da sieht man aber auch wirklich, dass die, die haben zwar 100 Seiten, aber da findet ihr dann, ich habe jetzt zum Beispiel von Attila Hildmann, wie ist das, Vegan for Fit, habe ich mir jetzt mal angeguckt. Einfach nur so, um zu gucken, mal durchzuchecken, was er da für Ernährungspläne hat. Das sind natürlich, das sind 250 Seiten oder so. Davon sind 100 Seiten erstmal nur Rezepte. Dann sind davon nochmal die Hälfte irgendwie so 20, 30 Seiten Vorher-Nachher-Bilder von irgendwelchen Leuten. Dann hast du Seiten dabei, wo einfach nur ein Foto drauf ist. Und am Ende ist da eben auch nicht wirklich viel Inhalt drin. Wie seht ihr das denn? Würdet ihr sowas lieber haben hier, wo man auch wirklich dann die Sachen dann detailliert lesen kann? Oder wie würdet ihr das sehen? Das würde mich natürlich auch interessieren. Ich kann ja mal hier so die Checkliste mal so durchgehen. Ich möchte das Buch ja auch nicht unbedingt unnötigerweise zum Beispiel strecken. Was ist denn jetzt die Checkliste? Zack, zack, zack. Hier zum Beispiel. Die Checkliste, die wird man auch zum Beispiel vorher lesen können, wenn man das Buch überhaupt entweder sich kaufen möchte, runterladen möchte oder was auch immer. Wenn man diese Punkte eben nicht beachtet, dann sollte man sich das Buch eigentlich nicht zulegen und sollte sich damit nicht beschäftigen. Wenn man zum Beispiel sich überhaupt nicht mit der ketogene Ernährung beschäftigt, wenn man gar nicht weiß, was das ist, wenn man überhaupt nicht die Zeit dafür hat oder solche Sachen, wenn man das Ganze nicht mindestens ein bis drei Monate durchziehen kann, wenn man überhaupt nicht motiviert dazu ist. Dann sollte man das einfach lassen, die Sache durchzuziehen. Das werde ich auch vorher so kommunizieren, dass man auch mal bereit ist, eben vielleicht solche Sachen wie Leber, Leberwurst, Blutwurst oder sonst was zu essen, weil dort eben sehr viele Vitamine drin ist. Das ist kein Muss, aber ist natürlich dann unterstützend. Vegan oder vegetarisch, das ist natürlich sehr schwierig, weil die Nahrungsmittel, die Ernährungspläne unten drunter natürlich auch Fleisch enthalten. Ich werde eine vegetarische Variante auf jeden Fall machen. Ansonsten achtet auch nicht auf die Rechtschreibfehler, wird auch gerade noch mal durchgegangen und gecheckt. Ja, mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr davon so generell haltet, ob ihr noch irgendwelche Punkte habt, die euch sehr wichtig sind, was für Sachen ihr noch wissen wollt, wenn ihr in die Ketose kommen wollt zum Beispiel oder was euch nicht interessiert, solche Sachen vielleicht. Da könnt ihr mir natürlich gerne mal schreiben. Und ansonsten, wie gesagt, würde ich dann auch unter jedem, der eben kommentiert, würde ich mir ein paar Leute raussuchen, denen ich das dann schenken würde. Ansonsten, ja, arbeite ich auch noch an dem großen Buch, was dann schon ein bisschen intensiver wird und das wird dann ein richtig dickes Ding. Soviel auf jeden Fall zum neuen Buch und wenn euch das interessiert, dann schreibt es unten rein und wenn nicht, dann schreibt es auch unten rein, ist ja auch kein Problem. Ciao!